Ja, wenn man die Zukunft planen will, dann lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Und die Geschichte der Insel kann uns niemand besser erzählen als der Leiter des Stadtarchivs Lindau, Heiner Stauder. Herzlich willkommen, Herr Stauder. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Grüß Gott zusammen. Wir werden über die Geschichte sprechen und da ziemlich weit zurückgehen. Wir werden insbesondere auch Industrialisierungsprozesse in Lindau ansprechen und Sie werden auch den Fokus legen auf die Parkplatzfläche, auf der jetzt gebaut werden soll. Und damit wir das jetzt gut machen können, haben wir auch Bildmaterial mitgebracht. Und das werde ich jetzt starten. So, Herr Stauder, es geht los. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte Lindaus reicht etwa zurück bis in das Jahr 800, wenn man die Anfänge des Damenstiftes mit einbezieht. Aber haben Sie keine Angst, wir werden nicht bis zum Jahr 800 zurückgehen. Wir machen gleich einen Sprung von etwa 1000 Jahren in das Jahr 1823. In diesem Jahr ist der erste Stadtplan Lindaus erschienen, der nach modernen geodätischen, also vermessungstechnischen Gesichtspunkten erstellt worden ist. Und diesen Stadtplan sehen Sie vor sich. Es fällt Ihnen auf, dass die Stadt Lindau damals nur aus der Insel bestanden hat. Die Gemeinden auf dem Festland sind erst später dazugekommen. Die Flächen auf dem Festland, die früher selbstständigen Gemeinden Eschach, Heuern, Reutin und dann Reiknau. Wir beschränken uns eben auf die Insel, wie eben Lindau damals eben auch. Es fällt Ihnen sicherlich sofort die Zweiteilung dieses Stadtplanes auf. Sie haben links eine relativ freie Fläche und rechts ganz dicht gebaut die eigentliche Stadt, die heutige Altstadt. Diese Altstadt hat etwa nur die Hälfte der Insel eingenommen. Die andere Hälfte, das ist was wir links sehen, war Freifläche, überwiegend Freifläche, ist genutzt worden für Wein- und Gartenbau. Nur im Süden sehen Sie eine Bebauung, das war die Verlängerung der Ludwigstraße. Das kennen wir heute noch, da ist unter anderem das Restaurant der Fischerin. Dann sieht man so größere Gebäude. Das war ein Salzstadel, denn von Lindau aus wurde bayerische Salz aus Reichenhall in die Schweiz exportiert. Lindau war sozusagen der Exporthafen. Aber ansonsten ist diese westliche oder hintere Insel, damals nur Insel genannt, Sie sehen diesen Schriftzug, unbebaut. Das ist der Zustand in der vorindustriellen Zeit. Ein markanter Punkt für die Geschichte der westlichen Insel, hinteren Insel, die wir jetzt in den Fokus rücken, ist ganz links der Pulverturm. Dieser Pulverturm wurde etwa um 1500 gebaut und steht bis heute. Das ist also die Konstante, wenn Sie so wollen, die sichtbare Konstante vor Ort in situ für die lange Geschichte dieses Inselteiles, der wie gesagt über Jahrhunderte hinweg für Garten- und Weinbauzwecke genutzt worden ist. Sie sehen eingezeichnet eine rote Ellipse, rot gepunktete Ellipse. Das ist die Fläche, etwa hier findet sich die Fläche, um die es heute geht bei den Neuplanungen. Und Sie sehen hier, diese Fläche war damals 1823 Wasser, einfach Wasser. Und so geht es weiter. Sie sehen hier eine Stadtansicht aus dem Jahr 1886. An unserer Fläche hat sie wenig verändert, also an dieser Fläche, um die es auch heute geht. Sie sehen jetzt nur hier in dieser Wasserfläche ein Bad, das Männerbad, eingezeichnet. Wir sind im Jahr 1886. Da beginnt man auch mehr an sportliche Betätigung, Körperertüchtigung zu denken. Und dazu dient eben dieses Bad. Was Ihnen weiterhin auffallen wird, ist die Eisenbahn, die sich auf der Insel hier breit gemacht hat. Die Eisenbahn erreichte die Insel 1854. Das war für Lindau eine ganz wichtige, auch wirtschaftliche Sache. Die Eisenbahn, damals betrieben mit Dampf. Und die Dampfkraft ist ja im Grunde genommen das Phänomen der Industrialisierung. Ohne Dampfkraft keine Industrialisierung. Und damit kommt mit der Eisenbahn auch die Industrialisierung hier nach Lindau. Wobei ich dazu sagen muss, die Industrialisierung hat einen Vorläufer, nämlich die Dampfschifffahrt, die bereits 15 Jahre vorher in Lindau Fuß gefasst hatte. Also hier in dem Bereich Eisenbahnhof und Hafen treffen sich damals die beiden innovativsten, modernsten Verkehrsmittel, Dampfeisenbahn und Dampfschifffahrt. Hier ist die Schnittstelle der beiden. Und Sie sehen eben diesen großen Bahnhofsbereich mit einer Bahnhofshalle, mit Eingangsgebäuden, die heute nicht mehr stehen. Sie sehen Gleisanlagen mit einer kleinen Drehscheibe. Sie sehen Lockschuppen, Remisen, Instandsetzungsgebäude und so weiter und so fort. Also die Eisenbahn überprägt die westliche Insel unter den Vorzeichen der Industrialisierung, ohne noch allerdings die Fläche jetzt einzubeziehen, um die es heute geht. Diese sehen Sie wieder, wie schon eingangs gesagt, in der roten Ellipse. Auch auf dieser Ansicht, das ist eine Luftansicht, aus dem Jahr 1910 von Zeppelin aufgenommen, sehen Sie noch ähnlich diese Situation. Wieder zu erkennen an der roten Ellipse, die Fläche, um die es heute geht. Wenn Sie jetzt genau hinschauen, sehen Sie, dass auf der hinteren westlichen Insel sich baulich noch etwas getan hat. Das sehen wir noch besser, wenn wir jetzt zum nächsten Foto gehen. Auch da handelt es sich wieder um eine Luftaufnahme von Zeppelin aus dem Jahr 1910. Und hier sehen Sie, wiederum durch die Ellipse gekennzeichnet, die Fläche, um die es, wie gesagt, heute geht. Und direkt an dieser Fläche, damals noch im Wasser liegend, sehen Sie einen Bau, einen langgestreckten Bau, der auch dann noch wie ein Ell aussieht, weil er dann noch unten, in dem Fall im Westen, nach rechts abknickt, nach Süden abknickt. Das ist die Luitpold-Kaserne, die 1903 fertiggestellt worden ist. Sie ist in den Jahren davor errichtet worden. Die Stadt Lindau legt Wert auf diese Kaserne. Sie hat sich darum beworben. Man hat sich da durch eine Wirtschaftsförderung erhofft, die auch zum Teil wohl eingetreten ist. Was der Stadt Lindau damals sehr am Herzen lag, war die bauliche Gestalt dieser Kaserne. Das Bayerische Kriegsministerium hätte einfach da 0815-Bauten hingestellt, die in ganz Bayern verbreitet waren. Bestimmter Kaserntyp. Die Bauten sehen alle gleich aus. Und das war auch hier vorgesehen. Nur hat die Stadt Lindau dann sich engagiert und hat gesagt, nein, diese Gebäudetypen passen nicht zum Bild unserer Altstadt. Wir wollen eine Kaserne, die in ihrer äußeren baulichen Gestalt mit dem Bild der baulichen Gestalt der Altstadt irgendwie in Einklang zu bringen ist, mit ihr harmonisiert. Und deshalb sehen Sie, diese Kaserne unterteilt in verschiedene kleinere Baukörper, eine sehr lebendige Dachlandschaft. Das alles als Reminiszenz an die Altstadt, deren bauliche Gestaltung. Darauf hat man eben Wert gelegt, damals schon in Zeiten des beginnenden Tourismus. Das ist nochmal eine Luftaufnahme des Lindauer Luftbildfotografen Franz Torbecke. Diese Aufnahmen befinden Sie in einem schönen Buch. Lindau vor der Kamera, die Insel vor der Kamera. 2002 erschienen, wenn Sie das mal erwerben können, das ist ein kleiner Schatz. Sie sehen hier nochmal diese Situation, die Kaserne und Sie sehen unsere Fläche, wiederum gekennzeichnet durch die rote Ellipse, wiederum 1953 immer noch im Wasser. Das ist nochmal aus der gleichen Zeit, können Sie das nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, jetzt von Norden her, von Nordosten her. Gehen wir zum nächsten Bild und jetzt sehen Sie eine massive Veränderung. Sie sehen links die Kaserne und Sie sehen dann aber in den See hinein, wo die ganze Zeit sich unsere rote Ellipse über eine blanke Wasserfläche erstreckt hat, sehen Sie jetzt hier, da wird ein Deich, ein Damm gebaut. Sie sehen in der Mitte oben zwei Bagger stehen, die da kräftig bei der Arbeit sind. Hier passiert etwas. Und was passiert hier? Das ist eine Aufnahme aus dem März 1968. Wenn wir zum nächsten Bild gehen, sehen wir, was da passiert. Wir sehen hier diese Fläche, die jetzt schon nicht mehr wie eine Wasserfläche aussieht. Da ist festeres Material eingebracht worden. Und woher stammt dieses festere Material? Das können Sie unten sehen. Da sehen wir den kleinen See, der kleine See, dieser Bereich zwischen Eisenbahndamm und Straßenbrücke, der seit dem Bau des Eisenbahndammes 1854 immer wieder bedroht war zu verlanden. Und der musste deshalb immer wieder mal entschlampt werden. Diese letzte Aktion dazu war 1968. Sie sehen hier einen Schwimmbagger. Und von diesem Schwimmbagger abgehend geht eine Leitung. Das sieht aus wie von oben wie eine Kette, eine Rohrleitung. Die geht auf der anderen Seite des Eisenbahndammes direkt in dessen Nachbarschaft zur westlichen Insel, in diesen Bereich, der abgedeicht worden ist. Und dieser Bereich, der abgedeichtete Bereich, wird nun mit diesem Schlamm aus dem kleinen See aufgefüllt. Und damit entsteht diese Fläche. Kurzer Hinweis noch. Die Fläche der Insel Lindau hat sich eigentlich über die Jahrhunderte immer wieder verändert. Sprich, sie ist größer geworden. Und vor allen Dingen dann mit dem Beginn der Industrialisierung. Etwa da, wo die Inselhalle heute steht, das ist ein aufgeschüttetes, dem See abgerungenes Gelände. Und das letzte größere Gelände, das dem See eben abgerungen wird, die letzte größere Fläche, ist eben die hier zu sehende Fläche, auf der nun die neuen Quartiere errichtet werden sollen. Sie sehen hier eine Aufnahme, eine Luftaufnahme aus dem Jahr 1975. Sie sehen, wozu diese neu aufgeschütteten Flächen genutzt worden sind, nämlich zu Parkplätzen. Klingt für uns heute vielleicht ein bisschen befremdlich. So eine schöne Lage, so eine Lage, die wahrscheinlich nicht nur in Lindau oder in Bayern, sondern ich denke, in ganz Deutschland fast einmalig ist, diese Fläche mit Parkplätzen zu befüllen. Aber wir sind in der Bruchzeit des individuellen motorisierten Verkehrs. Ich sage jetzt mal das Stichwort einfach, ohne jetzt groß zu kommentieren, autogerechte Stadt. Und dazu kommt, dass man in dieser Zeit auch auf der Insel selber in der Fußgängerzone, in der Altstadt eine Fußgängerzone eingerichtet hat. Und die Autos mussten irgendwo hin. Und die hat man hier auf diese schöne Fläche dann verlagert. Kommt uns, wie gesagt, heute ein bisschen befremdlich vor. Aber das war durchaus im Geiste der Zeit Mitte der 1970er Jahre. Beim nächsten Bild sehen Sie dann, dass diese ganze 1968 folgende aufgeschüttete Fläche als Parkplatz jetzt genutzt wird. Und Sie sehen auf der rechten Aufnahme, der Parkplatz ist voll besetzt. Das ist eben die Situation vor der Datenschau. Das ist die Situation, wie sie lange bestanden hat. Und jetzt geht es eben darum, den Parkplatz neu zu gestalten. Meines Wissens sind es etwa fünf Hektar. Und davon sollen jetzt, daraus werden vier Baufälle von insgesamt 1,5 Hektar genommen, die bebaut werden sollen. Und die Bebauung ist kleinkammerig vorgesehen. Also es sollen keine Blöcke entstehen, sondern es soll auch hier ähnlich wie bei der Kaserne auf die Architektur der Altstadt in Sachen Kupatur und Dachlandschaft Rücksicht genommen werden. So etwa wird vorgesehen, diese Fläche zu gestalten. Ja, herzlichen Dank für diese Einblicke in die Geschichte. Vielen Dank an Stadtarchivar Heiner Stauder. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.